Viele Unternehmen stecken in dem Dilemma, dass die Aufbauorganisation nicht zur Ablauforganisation passt. Das erzeugt massive Ineffizienzen und fördert das Silo-Denken zwischen den Abteilungen. Um dieses Problem zu lösen, habe ich einen radikalen Lösungsvorschlag, der Ihr Unternehmen auf ein völlig neues Level der Effizienz katapultiert. Und wie der aussieht und ob Sie sich das wirklich trauen, das ist Thema dieses Videos. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und viele Unternehmen haben ein ganz klassisches Organigramm. Das sieht dann oft so aus. Damit Sie es am Bildschirm besser sehen können, blenden wir das Ganze mal entsprechend ein. Wir haben oben eine Unternehmensleitung, die vielleicht noch als Stabsstelle eine Assistenz hat, vielleicht im Büro oder Ähnliches. Und dann haben wir unten drunter die klassischen Abteilungen. Da gibt es dann so ein Marketing und Vertrieb und den Einkauf und Produktion und die Logistik und vieles weitere vielleicht noch. Das kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Aber es kann schon auch ein recht komplexes Organigramm sein. Unter einem Vertrieb gibt es dann vielleicht noch Teams unten drunter, zum Beispiel für bestimmte Vertriebsregionen oder für bestimmte Kundensegmente oder entsprechend aufgedröselt. Wenn Sie wissen wollen, wie man schnell ein Organigramm zaubert, dann schauen Sie doch mal in dieses Video rein. Da haben wir mal drin aufgeschrieben oder gezeigt, wie man relativ schnell entsprechende Videos bauen kann. Daneben gibt es aber auch oft eine Prozesslandkarte, die dann vielleicht so aussieht. Wir haben als ersten Prozess das Thema Markt bearbeiten. Also letztendlich kommt aus einem Bedarf, der am Markt vielleicht besteht, wird was getan, entsprechend Werbung vielleicht geschalten und Ähnliches. Es wird eine Anfrage in ein Angebot konvertiert. Angebote werden rausgesandt und entsprechend danach von dem Angebot wird es nachgehalten, ein Auftrag akquiriert, bis es am Ende einen Auftrag gibt. Also dieser graue Kasten ist quasi immer ein Ergebnis und diese blauen Pfeile sind die entsprechenden Prozesse. Markt bearbeiten führt zu einem Auftrag. Vom Auftrag geht es dann zu einer Auftragsplanung vielleicht, die Sie eben entsprechend schauen, wie Sie diesen Auftrag in der Fertigung und in der Logistik entsprechend einplanen. Es gibt also einen Auftrags- und Fertigungsplan. Danach wird vielleicht das entsprechende Material bestellt, sollte irgendwas fehlen und war ein Eingang durchgeführt. Das heißt, das Material steht bereit für die Produktion. Dann wird der Auftrag entsprechend gefertigt. Die Produkte sind gefertigt, der Auftrag wird ausgeliefert, die Produkte sind beim Kunden. Es wird eine Rechnung erstellt und versendet und die Zahlungen für die Rechnungen werden entsprechend überwacht. Am Ende ist also dann der Auftrag bezahlt und abgeschlossen. Und wieder zurück zu mir. Was ist hier genau das konkrete Problem? Damit Sie effizienter arbeiten können, müssen Sie an den Prozessen arbeiten. Beziehungsweise Ihr Prozessverantwortlicher ist für die Erreichung eines festgelegten Prozesszieles zuständig. Und wie man Prozessziele festlegt, das habe ich hier in diesem Video nochmal genau erklärt. Schauen Sie mal rein, da sind ganz viele Tipps dabei zum Thema Prozessziele. Aber in den seltensten Fällen war der Prozessverantwortliche gleichzeitig der Leiter der Linienabteilung. Wenn es überhaupt einen Prozessverantwortlichen in den Unternehmen gab. Das habe ich ganz, ganz oft in meinen Kundenunternehmen entsprechend gesehen. Dass es zwar immer einen Chef für die Linienabteilung gab. Also den Leiter des Vertriebs zum Beispiel oder einen Produktionsleiter. Aber es gab irgendwie immer keinen wirklichen Prozessverantwortlichen. Und schließlich muss man ja auch Mitarbeiter führen. Deswegen gab es immer einen Leiter für die Linienabteilung. Wenn der Prozessverantwortliche aber keine wirkliche Gestaltungsmöglichkeit hat, weil er eben nicht der disziplinarische Vorgesetzte der Mitarbeiter ist, sondern der Linienvorgesetzte, dann findet die Prozessoptimierung eben sehr schnell ihr Ende. Weil sie einfach in ihren Entscheidungen massiv eingeschränkt sind und vielleicht radikalere Veränderungen nicht wirklich durchführen können. Und ich kenne Unternehmen, bei denen die Linienführungskräfte tatsächlich aktive Prozessverbesserungen ausgebremst und verhindert haben, weil dadurch Aufgaben und Mitarbeiter in andere Abteilungen verschoben worden wären und weil sie eben nach zusammenhängenden Tätigkeiten organisiert worden wäre. Aber das hätte den Status und die formale Macht des bisherigen Führungskraft beschnitten. Und deswegen haben die entsprechend die Prozessreorganisation tatsächlich aktiv sabotiert. Und in diesem Unternehmen zählte das Ego der jeweiligen Führungskräfte, also der Abteilungsleiter, deutlich mehr als der Erfolg des Unternehmens. Und deswegen konnte man aus diesen Silos, aus diesen Fürstentümern im Unternehmen nicht wirklich vernünftige Prozesse ableiten. Was ist also jetzt die Lösung, die man entsprechend durchführen kann? Natürlich richtet sich das jetzt an die wirklichen Entscheide im Unternehmen. Die Aufbauorganisation, also das Organigramm und die Ablauforganisation, also die Prozesse auf der obersten Prozesslandkarte, müssen zusammenpassen. Und in meinem Beispiel sollte das Organigramm dann vielleicht erstmal so aussehen. Wir haben die entsprechenden Unternehmensleitungen. Assistenz bleibt auch noch so entsprechend da. Aber wir haben eben die Abteilungen. Marktbearbeiten, Auftrag planen, Material beschaffen, Aufträge fertigen, Aufträge ausliefern, Rechnungen managen und Zahlungen überwachen. Und Sie sehen unter dem Green File auch entsprechend, dass das genau entlang des Wertschöpfungsstroms in diesem Unternehmen, diesem Beispielunternehmen, entsprechend organisiert war. Aber das ist jetzt nur ein Zwischenschritt der Transformation. Am Ende des Tages schaffen Sie das Organigramm vollständig ab und steuern ausschließlich über die Prozesslandkarte, über Ziele und Prozessverantwortlichkeiten. Also Organigramm abschaffen, das ist doch krass, oder? Oder haben Sie darüber mal nachgedacht, Organigramm abschaffen, nur mit Prozesslandkarte steuern? Aber wie bekommt man diese Transformation in einen größeren Unternehmen wirklich hin? Man beginnt ja nicht auf der grünen Wiese. Es gibt ja bereits ein Organigramm und vielleicht auch eine Prozesslandkarte. Deswegen habe ich hier einen folgenden Sechs-Punkte-Plan. Erstens, erstellen Sie eine Prozesslandkarte und klären Sie vor allem die Inputs und die Outputs und die wesentlichen Ziele, die der Prozess leisten muss. Zum Thema Inputs und Outputs habe ich hier nochmal ein Video auch erstellt, wie sowas aussehen kann. Vergessen Sie dabei vor allem Ihre Prozesse auch als Unternehmensleitung nicht. Ihre Managementprozesse gehören da auch mit rein. Es gibt oft Prozesslandkarten im Unternehmen, aber eben diese Inputs und Outputs und die Ziele und die Kennzahlen sind eben oft nicht geklärt und nicht auf der Landkarte entsprechend verortet. Zweitens, schreiben Sie die Stellen der Prozessverantwortlichen im Unternehmen aus und ermuntern Sie Ihre bisherigen Führungskräfte, sich auf die neuen Stellen zu bewerben. Kommunizieren Sie offen und ehrlich, dass das die neuen Führungsstellen sein werden und dass die alten Abteilungen danach abgeschafft werden. Kommunizieren Sie ebenfalls, dass jeder in der neuen Struktur unterkommt, um Ängste abzubauen. Es geht also nicht um Personalabbau oder irgendwelche Einsparungen beim Personal, sondern es geht wirklich nur um die Transformation in ein prozessorientiertes Unternehmen und eine prozessorientierte Unternehmensführung. Drittens, die neuen Prozessverantwortlichen müssen jetzt innerhalb Ihres Prozesses Teilprozesse designen und entsprechend die Ziele von Ihrem Hauptprozess, den Sie verantworten, runterbrechen in Ziele für diese jeweiligen Teilprozesse. Als konkretes Beispiel, wir hatten den Prozess Markt bearbeiten, die Aufträge der Aufträge als Ergebnis hatte. Das lässt sich das Zerlegen in den Teilprozess Marketing durchführen, der Anfragen von Interessenten als Ergebnis hat. Also Sie haben ja entsprechend Ihre Bedarfsgruppe, Ihren Zielmarkt und durch Marketing, Maßnahmen, Werbung, durch alle möglichen Social-Media-Sachen, vielleicht auch durch entsprechende Mundpropaganda fördern und Ähnliches, haben Sie dann als Ergebnis, dass Anfragen im Unternehmen eingegangen sind. Und der zweite Teilprozess innerhalb von Markt bearbeiten wäre dann eben Auftrag akquirieren, der aus diesen Anfragen über die Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten konkrete Aufträge erzeugt. Und damit haben Sie auch gleich die Möglichkeit, eben auf tiefer liegenden Ebenen zu steuern. Das hilft ja nichts, wenn Sie sagen, wir brauchen 1.000 Aufträge im Jahr und die kriegen Sie nicht hin, wenn Sie nicht wissen, wo das Problem wirklich liegt. Haben Sie für die 1.000 Aufträge denn überhaupt genügend Anfragen bekommen? Oder hakt es vielleicht da schon, dass Sie die Anfragequote erhöhen müssen? Oder haben Sie vielleicht sogar genug Anfragen, Sie sind aber nicht in der Lage, diese Anfragen wirklich in Aufträge zu konvertieren? Und damit sehen Sie genau, dass Sie dann diese Ziele über die verschiedenen Prozessebenen einfach nach unten herunterbrechen können und die entsprechend designen. Viertens, ordnen Sie in einer Transfermatrix die bisherigen Mitarbeiter nach deren Tätigkeitsschwerpunkt den neuen Prozessen bzw. Teilprozessen zu? Und da gibt es in der Praxis eben ganz, ganz oft dieses Thema, was ist denn eigentlich der Tätigkeitsschwerpunkt von einem bestimmten Mitarbeiter? Ich kenne Unternehmen, die hatten einen solchen Blumenstrauß an Aufgaben von völlig, ich sage wirklich, zerhackten Prozessen, dass jeder nur ein bisschen, aber alles gleichzeitig usw. Da war es ganz, ganz schwierig. Und genau das ist ja das Dilemma, warum es nicht mehr funktioniert hat. Sie müssen wirklich die Mitarbeiter nach ihren Schwerpunkten auf die jeweiligen Prozesse setzen und dann wird das eben dort die Haupttätigkeit dieses Mitarbeiters. Fünftens, starten Sie zu einem festen Zeitpunkt mit der neuen Struktur und löschen Sie das alte Organigramm. Nutzen Sie ausschließlich die Prozesslandkarte wirklich für Ihre Organisation und führen Sie entsprechend, indem Sie nachfragen eben an die Prozessverantwortlichen, wie der Prozess läuft, dass Sie sich die Kennzahlen anschauen und dass Sie dort wirklich die Ziele und auch die Verbesserungsziele entsprechend jedes Jahr oder auch kurzzyklischer miteinander vereinbaren. Sechstens, lassen Sie Ihre Prozessverantwortlichen im größtmöglichen Spielraum, wie Sie die Teilprozesse und die Strukturen in Ihrem Verantwortungsbereich organisiert sind. Solange, und das ist die Randbedingung, die wirklich wichtig ist, prozessorientiert geführt wird. Also seinerseits mit Inputs und Outputs und Zielen der Teilprozesse gearbeitet wird. Wir hatten dieses Beispiel Herunterbrechen von Zielen, zum Beispiel aus dem Hauptprozess Markt bearbeiten, in Teilziele für Anfragen generieren und Anfragen in Aufträge konvertieren. Und wer mehr über die Rolle des Prozessverantwortlichen wirklich wissen will, der findet in diesem Video auch eine genaue Beschreibung der Rechte und Pflichten eben eines Prozessverantwortlichen. So, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie viele Unternehmer das Organigramm wirklich abschaffen und nur noch prozessorientiert ihr Unternehmen steuern. Trauen Sie sich das? Stellen Sie wirklich von Abteilungen auf Prozesse um? Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie es mir in die Kommentare, ob Sie sich für Ihr Unternehmen wirklich vorstellen können oder ob mein Vorschlag vielleicht wirklich zu radikal ist, das Organigramm einfach abzuschaffen. Ich freue mich auf Ihre Antworten und wir sehen uns im nächsten Video, in dem konkret um die To-Dos der Unternehmensleitung geht, wenn Prozessmanagement eingeführt werden soll. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.